Hallo meine Damen und Herren, ich bin Vidi Love. Heute bin ich außerhalb. Ich mache heute kein langes Video, weil ich außerhalb mit meinen Freunden bin. Ihr seht heute, ich verdiene 1.600 Euro. Eigentlich ist es nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, wenn du es spielst. Ich habe diesen einen verkauft. Und ja, ich muss nach nächsten Tagen schauen, wie viel der Rest kostet. Ich denke, du kannst 3x 1.000 Fragmenten bezahlen. Ich frage einen deutschen Mann, der besser ist, der Stachelschwein oder dieser. Und er sagt mir, dieser ist besser als der Perche-Pine. Ich weiß nicht in Englisch. Sorry für mein schlechtes Englisch. Tut mir leid, ich spreche Englisch manchmal. Weil ich habe viele Brasilianer als Subscriber. Und ja, morgen werde ich das wieder bezahlen. Und wir werden sehen, wie viel es kostet. Weil ich kann nicht... Oh, f***. Oh, f***, f***, f***. Okay. Sorry, sorry. Ich denke, jetzt kommt mein Video und stopt mein... Nein, mein Schrein stopt nicht. Ich habe ein neues... ein neues... Rekord. Das ist das. Ja. Ja. Ich denke, das ist 1.000 Fragmenten und 1.000 Fragmenten für 3.000 Gold. Ja. Ja. 3.000 Gold ist 50 Euro. Also, ich gebe 50 Euro für das Spiel. Meine Leute und Leute. Und jetzt sehe ich das. Und jetzt sehe ich das. Und jetzt sehe ich das. Ich kann das, weil ich 3.000 Fragmenten für Level 34, 5 von 5. Und jetzt sehe ich das. In 2 Tagen kann ich 100 Euro für 525 Gold. Wenn ich schaue, das ist 3.000, 1.000. Warum ist 100 Euro jetzt nicht 300 Euro? Warum ist es jetzt 525 Euro? Das ist 10 Dollar. Das ist das Problem. Ja. Aber in den nächsten 5 Tagen oder was auch immer. Ihr könnt mir spenden dann. Und ja, somit könnte ich es mir leisten. Nur leider läuft mir das in 2 Tagen ab. Morgen werdet ihr schauen, wie weit ich komme, wenn ich 3.000 nochmal auflade. Aber der Witz ist halt das. Ich zeige euch den grössten Witz an der ganzen Geschichte. Ich kann den Schnitzer. So wie ich gedacht habe mit 3 x 3.000. Also 3 x 1.000 hätte ich ihn nur auf 3 von 5 bringen können. Weil ihr seht es. 100 Euro, 300 Euro, 600 Euro und 1.000 Euro. Und 1.000 Euro war 3.000 Gold. Und so habe ich 100 Euro nicht. Wenn ich diese 4 oder 5 Euro habe, ist das sehr schlecht als meine Dollar. Aber ich weiß nicht, wie viel. Weil sie 10 Dollar kostet, dann kostet das 20 Euro. Dann kostet das 50 Euro. Und das kostet 80 Euro. Und das kostet 100 Euro. Und das kostet 100 Euro. Und das kostet 100 Euro. Das sind die größten Events. Und für die Brasiliener Leute, Sie sehen, ich habe... Sie sehen, ich habe neue Skins. Nur für Sie. Okay, hier Sie sehen die Skins. Ich will nicht, Sie sehen, mein Level. Weil ich diese Video vorhin habe, nur für die Brasiliener Leute. Das ist so. Ich finde, das ist sehr verrückt. 525 Euro für 10 Dollar. Wenn es der zweite... Okay, ich mache das. Ich schaue, ich gebe morgen 50 Euro wieder. Dann gebe ich 100 Euro. Für 2,000 Euro. Normalerweise kommen Sie von 3 bis 5 Euro. Aber ich weiß nicht. Ich sehe das für das. Und dann, ich warte auf die Event, wenn es wieder kommt. Dann habe ich kein Geld. Wenn ich Geld habe, ich schaue das. Aber ich habe kein Geld. Und für das Spiel 300 Euro. Okay, ich bin nicht 100% sicher. Aber Sie sehen, 58 Personen, Sie können walken. Und wenn Sie einen töten, Sie können Energie gewinnen. und 50% von Ihrer Armour ist voll. Wenn ich zwei töte, ist meine Armour voll. Das ist so. Und sie ist sehr, sehr schwer. Und Sie können runnen. wenn Sie die Energie gewinnen. Wenn Sie die Energie haben, ist 25% mehr Speed. Und 50% Armour. Aber Sie können uploaden. Wenn Sie eine Earn von diesen. Aber in diesem Event, was ich jetzt habe, Sie können nichts. Und Sie sehen? Ich bin meine Brasilien. Für den Karneval. Und für Sie, ich habe eine neue Sache. Für Karneval. Aber Karneval war über. Für einen Monat. Ich weiß es. Aber jetzt habe ich es. Und ich habe es. Es ist der Karneval. Das ist eine Karneval. Es gibt keine andere. Es gibt so viele Dinge. Es gibt nur die Maske. Also, ja, das ist der Karneval. Ich weiß nicht, wie du siehst, ich habe sehr viele Pokals. Ich weiß, dass ihr in den letzten Videos mein Level gesehen habt, aber ich habe viele Videos, die ich vorher gemacht habe, mit Level 27, Level 28 und Level 29. Und so, ich möchte, dass ich das auch verabschiede. Ich hoffe, dass ihr nicht... Ihr seid zu schädig für das, denn ich bin ein neuen Spieler. Ich kann nicht alle Tage, ein Video in den neuen Sachen, denn ich beginne nicht von Beginn. Aber ich mache einen Brasiliener Mann, und alle meine Weapons haben... Okay, der erste ist nicht dieser und dieser. Das kannst du für 1 Dollar haben. Und die Maske. Also diese Maske. Und du hast diesen. Sorry, Leute. Diesen. Also, ja. Ich bin außerhalb. Das ist, warum ich immer auf der richtigen Seite schaue. Weil es außerhalb ist nicht so gut, zu spielen. Ja, ganz so cool. Du siehst hier, ich falle 19... 19... 19... 20... ... für diese Abzeichen. Ah, das ist neu. Bleibe mindestens fünf Sekunden am Leben. At least, ja. Ich kann es helfen. 8 Kills. Also, 8 enemy Kills. Schaufschützen. Schalt jetzt entgegen. Durch Kopf. Treffen. Headshots. Okay. Ja, wir schauen. Wir schauen. Wir schauen. Aber das möchte ich euch zeigen. Ja. Du siehst? Gut. Und der Rest. Wir schauen. Vielleicht? Nein. Oh, jetzt komme mein Freund. Aber wir machen später. Wir machen später für die nächste Part. Danke. Und wir sehen uns. Peace und Liebe. Wir lieben. Wir lieben.